Du hast ja die Möglichkeit in der Bridge dir direkt Daten von deinen Endgeräten auf deinen Rechner zu ziehen und das gleiche kannst du auch mit dem Handy machen. Also das heißt, es werden nicht nur Kameras und Speicherkarten erkannt, sondern wenn du dein Handy angeschlossen hast, kannst du auch direkt Daten, das heißt Videos, Bilder von deinem Handy auf deinen Rechner ziehen. Und dazu gehst du einfach auf Datei, von Geräten importieren und hier werden dir alle Geräte gezeigt, die angeschlossen sind. Bei mir ist es jetzt eine Kamera, eine Speicherkarte und mein iPhone. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, ich habe ganze drei Bilder auf meinem Telefon drauf, die direkt auf meinen Rechner zu importieren. Das heißt für alle Leute, die irgendwie so ein bisschen Probleme haben mit Daten von dem Handy auf den Rechner zu übertragen, ich weiß, es gibt so Möglichkeiten gerade bei Apple wie AirDrop und so weiter, alles ganz cool, aber viele, gerade iPhone-Nutzer, haben oftmals das Problem, dass sie entweder über irgendwelche Apple-Software versuchen, ihre Daten zu übertragen und mit der Bridge geht das wunderbar, es geht mega easy und wenn du eh die Bridge hast, würde ich dir das empfehlen. Es ist auch wesentlich schneller und komfortabler, meiner Meinung nach.